Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Trackmania Turbo. Ja, wuhu, Turbo, ihr habt's gesehen. Auch in diesen Let's Battles ist jetzt der Ton endlich lauter. Ja, das habe ich gemerkt, dass der Ton jetzt nicht ganz so geil war leider. Die letzten paar Let's Plays. Was wirklich schade ist. Aber jetzt hat sich das ja geändert. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, ich will erstmal eine Zeit fahren. Erstmal eine Zeit fahren. Wo muss ich denn lang? Hier lang? Okay, sieht so aus. Hier lang? Echt? Okay, das ist verdammt verwirrend. Erster! Wuhu! Hammer! Ich habe nur eins oben stehen. Geil! Ja gut, jetzt versuchen wir es natürlich noch zu perfektionieren. Das wird natürlich nicht so bleiben. Dass da nur eins bleibt. Allein jetzt ist schon scheiße. Ich will wirklich eine gute Zeit jetzt fahren. Scheiße! Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt das erste Mal... Okay, fickt euch alle. Zweiter. Wenn ich das erste Mal als erster wäre. Mann, das hätte schon was. Diese Kurve ist auch so kacke! Wie viel hat denn der erste Platz? Ah, sehe ich nirgendswo. Ah, okay, gut. Man sieht das wahrscheinlich schon irgendwo, aber es ist jetzt... Boah, nee! Das ist ja zum Kotzen. Ey, was ist denn das? Das ist ja total kompliziert. Das war zu früh. Alter Vater. Wo ist denn das bitte Vollgas? Da ist nirgendwo was mit Vollgas. Da muss man bremsen. Vollgas sind eigentlich die Strecken... Wo man durchfahren kann, quasi. Kann man doch nirgendwo durchfahren. Okay. Der Fehler war eigentlich gar nicht mal so scheiße. So, wo jetzt lang? Hier. Oh, da geht es nicht weiter! Oh Gott. So, dann hier lang. Nee, meine Zeit habe ich... Habe ich irgendwie besser gemacht. Schade. Na gut. Alter. Nein, 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 nein! Oh Mann, was ist denn das jetzt? Was war denn das gerade für ein Scheiß? Mit zweiter gebe ich mich gern zufrieden. Aber erster wäre schon geil. Dritter. Meine Zeit ist wirklich nicht die beste. Aber sie ist doch nicht scheiße! Komm, jetzt fahr! Wow, ey. 32, 48. Das ist locker zu schaffen. Lock her. Oh Mann, ey. Ich war gerade so gut! So gut! Komm schon! Letzter Run! Oh, der war gut! Ich könnte noch mal schaffen. Komm schon! Jetzt aber! Jetzt muss ich es schaffen. Scheiße. Oh, come on, ey. Come on. Nein, 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 nein. Das ist ein Scherz! Da bin ich nicht dagegen gefahren. Wow. Das klang zwar jetzt wahrscheinlich sehr asynchron, aber das war nicht asynchron. Ja, gut. Wuhu! Dritter. Immerhin. Oh, die Zeit war so leicht zu schaffen eigentlich, ne? Ach, Mann, ey. Freunde. Ich bin verzweifelt. Das ist doch kacke, ist das doch. Aber die gefiel mir. Man musste zwar ganz schön gucken, wo man da langen musste, aber sie war cool. Wenigstens auf dem Siegertreppchen. Immerhin. Immerhin eine Sache, die gut ist. Sollen wir mal schauen, was die nächste Strecke so zu bieten hat. Zwei kommen ja glaube ich noch, oder eine. Mal schauen, muss ich mal gucken. What the fuck? Derzeit gibt es kein Gegenmittel zu klinischer Trackmanie, bis auf wirklich wahnsinnig schnell zu fahren. Wow. Also Fakten des Tages hätten sie sich auch eigentlich sparen können, finde ich. Ist zwar recht lustig, gemacht, aber trotzdem unnötig. Finde ich. Come on, mach hinne. Jawohl. Kenne ich die Strecke nicht? Ne, ne? Ne, die Strecke kenne ich nicht. Okay, da kann man so lang, so durch. Gut, habe ich verstanden. Dann hier lang. Wie gesagt, erstmal gucken. Hier ist schon ein Finish. Okay. Okay. Was, die Strecke hat man, hat man schneller geschafft als die andere? Davon wüsste ich aber was. Oh, das war viel zu spät. Egal. Oh Gott, hier geht es da lang. Okay. Null Problem. Demo. Zack. Zweiter. Der hat seine 32, der Typ, ey. Das ist eine Glückzahl? Glück, tolle Junge mit Z. Glückszahl, meine ich. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Ich frage ihn auch nicht. What the shit? Okay. Ne Problemo. Und jetzt rüber. Ja, okay. Das war natürlich scheiße. Das war gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch alle Zeit der Welt. Come on. Nein, jetzt ist die 32er-Zeit im Arsch. Und meine 34er auch. Super. Alter, warum? Wie war ich denn gerade, dass ich jetzt auf einmal so schlecht bin? Was macht denn der da? So, komm. Driften! Das ist ein Scherz, ist das. Was war das für ein Dreher? Ich meine, mit vierter. Gebe ich mich ja zufrieden. Aber ich will trotzdem wissen, wie man diese komische 32er-Zahl immer schafft. Vor allem habe ich auch Angst, dass der Typ die immer wieder verbessert. Komm. Man schafft diese 32er-Nummer nicht. Ich schaffe ja nicht mal mehr meine Nummer. Doch, ich habe sie geschafft. Wow. 32, 81. Alter. Wo holt der das raus? Ich meine, hier gibt es wahrscheinlich viele Wege, das rauszuholen. Eng driften zum Beispiel. Das war zum Beispiel scheiße. Wow, jetzt bin ich schon Sechster geworden. Sechster ist nicht so gut. Sechster ist echt nicht so pralle. Ganz ehrlich. Wo holt der das raus, der Typ? Wo holt der das raus? Ich verstehe das nicht. Wo holt der das raus? Zwei fucking Sekunden, Alter. Am Arsch. Wo holst du das raus? Der spielt doch, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, hier. Ja, klasse Spiel, Leute. Super. Ja, am Arsch. Sechster. Wie hat der Typ das geschafft? Der spielt eine Runde und macht das. Was ist das für einer? Das ist krass. Das ist echt krass. Aber die Strecke hat mir... Ach komm, ne, überspringen. Das war so ein Mittelding. Hat mir gefallen, aber irgendwie auch nicht. Die Kurven waren halt kacke. Teilweise. Waren halt nicht so gut gebaut. Nun gut, meine lieben Freunde. Das war's dann auch mit der Folge. Ja. So komisch das auch klingen mag. Ich hätte jetzt eigentlich auch wieder rausgehen können. Weil ich werde keine zweite Folge jetzt hintereinander aufnehmen. Das war nur eine einzige Folge. Die ich jetzt gemacht habe. Denn gleich, äh, ja. Spiel ich mal wieder was anderes. Hm. Mal schauen, was. Gut. Alles klar. Ja. Dann warte ich jetzt mal ganz kurz, dass ich auch mal zurückgehen kann. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie die Strecke so aussieht. Weil das da hinten sieht lustig aus. Das sieht spaßig aus. Das ist assi. Komm, ich will nur mal gucken, wie die so ist hier. Ich will einmal wenigstens ins Ziel kommen und danach. Okay, krass. Alles klar. So, dann geht's hier durch. Ach, hier muss man das gar nicht machen. Oh, lol. Warum bin ich denn jetzt dunkel? Ah, haha. Jetzt bin ich wieder farbig. Komm, ich will wenigstens mal gucken, wie die so ist. What der sch... Perfekt. Krass, wie das aussah. Okay, U-Turn. 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 Zweiter immerhin. Dieser Test-X. Was ist das für ein Typ? Der ist doch nicht mehr normal. Nee, hier. Komm. Lass mich in Ruhe. Fieck. Nein. Verlassen. Gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Let's Battle Trackmania Turbo.